Moin moin und willkommen im NerdHerd Podcast und zu einem weiteren Comic Review bei mir. Erstmal Entschuldigung für die Pause aus der letzten Woche. Mir ging es und mir geht es immer noch nicht so wirklich gut, deswegen habe ich für mich entschieden, ich muss mal ein bisschen Pause machen. Das heißt, ich habe jetzt 8-9 Tage so gut wie gar nichts gemacht. Sowohl Wrestling Podcast als auch hier die Comic Reviews und auch Let's Play. Alles ein bisschen auf Halt gemacht, ein bisschen zurückgezogen. Jetzt geht es einigermaßen und ich möchte eigentlich gar nicht zu lange Pause machen. Deswegen starten wir direkt wieder durch und ich hatte es ja letzte Woche angekündigt, ich wollte eigentlich Star-Lord machen. Und genau darum geht es heute Star-Lord 2 und 3, nämlich Rendezvous mit Hindernissen und Liebe und andere Katastrophen. Dabei ist Star-Lord 3 eine Secret Wars Ausgabe und genau deswegen passt sie auch in die Reihe mit rein. Ich wollte Star-Lord schon längst für euch reviewen, aber unter dem Banner des Secret Wars passt sie natürlich jetzt wie Faust und Auge zusammen. Ich lese euch wie gewohnt erstmal die beiden Backcover vor. Erstmal natürlich 2, brauchen die nicht das Richtige jetzt? Genau, also Star-Lord 2 vom August 2015. Das ist schon lange her, ne? Naja, also heißer Tanz im kalten All. Peter Quill, auch bekannt als der legendäre Star-Lord, fürchtet nichts und niemanden. Nicht einmal den gnadenlosen Verbrecherboss Mr. Knife und seine ruchlosen Killer aus den Reihen der Slaughter Squad, die es auf den tollkühen Anführer der Guardians of the Galaxy abgesehen haben. Ein Hologramm-Date mit seiner irdischen Flamme Kitty Pride von den X-Men bringt den coolen Outlaw allerdings mächtig ins Schwitzen, da er nicht nur mit Kitty tanzen muss, sondern eben auch mit Knives mörderischer Crew. Die neuen Solo-Abenteuer des Anti-Helden aus Guardians of the Galaxy, geschrieben von Sam Humphreys und mit Artwork von Paco Medina und Freddie Williams. Dazu ergänzt Comicbookresources.com. Star-Lord erinnert an Han Solo aus den alten Star Wars Comics. Das Ganze ist für 9,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und direkt hinterher Backcover zu Band 3 und dann fasse ich euch die Geschichten, die enthalten sind, so ein bisschen zusammen. Auf der Jagd nach der Vergangenheit. Star-Lord Peter Quill, der Anführer der Guardians of the Galaxy, hat alles verloren. Hilflos musste er mit ansehen, wie sein gesamtes Universum unterging. Dabei verlor er auch die große Liebe seines Lebens, die Mutantin Kitty Pride von den X-Men. Jetzt ist er auf Battleworld gestrandet. Einem bizarren Planeten, der sich aus Bruchstücken der untergegangenen Welten zusammensetzt. Außer Peter kann sich kaum einer der Bewohner an die Zeit vor der kosmischen Katastrophe erinnern. Dann hat er mit jemandem eine Begegnung, die sein Leben total auf den Kopf stellt und eine haarsträubende Jagd auf ein mysteriöses Artefakt auslöst. Dieser Band enthält die komplette Secret Wars-Event-Miniserie Star-Lord & Kitty Pride von Sam Humphreys und der talentierten neuen Zeichnerin Alti für Manchia. Sowie zwei Geschichten aus Guardians Team-Up mit Groot, Gamora, She-Hulk und dem Silver Surfer. Charmant und humorvoll ergänzt Comicbook-Resources.com. Und der Band 3 ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich lege sie beide mal beiseite, damit ich nicht nach groß drühen und rumblätter, sondern jetzt kommt wieder das, was ich so im Kopf halt angesammelt habe, was ich euch jetzt so ein bisschen mitteilen werde. Also Heft 3 natürlich eigenständig, deswegen mache ich erstmal die Fortsetzung von dem Heft 1 oder dem Band 1, den ich hier schon, das ist schon ein bisschen her, zwei Jahre reviewed habe. Ich gucke mal, wo ich das gemacht habe, packe ich mit in die Beschreibung. Wenn ihr die Vorgeschichte dann auch noch haben wollt, nehme ich dann mit Legendary Star-Lord mindestens 1 bis 4, könnte aber auch genau 1 bis 4 sein, die im Star-Lord 1 enthalten sind. Also, hier in den Legendary Star-Lord 5 bis 8 Heften, die ja dann auch den Abschluss dieser Reihe gemacht haben. Inzwischen gibt es ja schon wieder neuere Geschichten, die in einem Mega-Band oder zumindest einem großen Sammelband bei Panini erhältlich sind. Nur Star-Lord ohne Untertitel. Also, wir erfahren sehr viel mehr vor der Geschichte, die ich gerade für euch reviewt habe, nämlich das mit dem schwarzen Vortex mit den Guardians of the Galaxy und dem X-Men-Team ab. Das hier in Star-Lord 2 ist mehr oder weniger die Vorgeschichte zu diesem schwarzen Vortex. War mir gar nicht bewusst. Das hätte ich die Reihenfolge natürlich ein bisschen gedreht, aber ist am Ende ja auch Jacke wie Hose. Wir erfahren, dass Mr. Knife und die Slaughter Squad den schwarzen Vortex in Besitz genommen haben, sich der Macht, diese Spiegels bewusst werden, sind, wie auch immer, aber ein paar Freiwillige brauchen, die den Spiegel sozusagen einsetzen. Äh, auftritt auf die Bühne Tane, der Sohn von Thanos, der von Mr. Knife überredet wird, äh, tritt unserer Truppe bei und du kriegst alles, was du willst, blablabla. Das geht ja dann im schwarzen Vortex in der Geschichte dann da weiter. Habe ich ja, wie gesagt, für euch reviewt und ich fand's großartig. Der schwarze Vortex ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, nebendessen haben, äh, Peter Quill, also Star-Lord und Kitty Pryde ein, ein virtuelles Date, ähm, wo Peter versucht irgendwie alles richtig zu machen. Und genau deswegen irgendwie alles falsch macht. Ähm, während dieses Dates wird er entführt von Mr. Knife und, also von Mr. Knifes Bande, ist es ja mehr die Slaughter Squad. Und, äh, Kitty eilt ins Weltall zur Rettung, obwohl sie das Weltall aufgrund ihrer eigenen Geschichte nicht mag. Ähm, dann findet Peter heraus, dass Mr. Knife sein Vater ist, also Jason von Spartaks. Und, äh, das ist das, was mich ja am Guardians of the Galaxy 2 Film so stört. Also, ich meine, es gibt garantiert irgendwie ein, ein Paralleluniversum, wo, wo der Celestial Ego der Vater von Peter ist, sein könnte oder was auch immer. Aber, ähm, also vor allem so die, die letzten Guardians-Geschichten, also die letzten, ich sag mal, drei Volumes auf jeden Fall. Und auch die Einzelgeschichten der, der, der Guardians jetzt, ob das jetzt, ähm, Star-Lord hier in dem Fall oder auch dann bei Rocket oder wo auch immer. Aber es geht immer, wenn es um, um Jason oder Mr. Knife oder wie auch immer geht, geht es immer um den Vater von Peter. Und nicht um Ego, den Planeten, äh, der der Vater von, von Peter Quill ist. Das hat mich im Film irgendwie gestört, aber, klar, das, das Marvel Cinematic Universe schafft die so ein bisschen ihr eigenes Universum, ne. Alles halb so wild hat mich nur ein bisschen gestört, weil ich den Mr. Knife-Charakter irgendwie auch sehr interessant fände für Filme, ja. Aber vielleicht kommt das ja noch, wir werden es sehen. Ähm, kann man ja auch alles ganz leicht immer drehen mit ein paar, äh, Sätzen, die erklärt werden. Dann war es eben dann, äh, Ego, der nur getan hat, als ob das der Sohn gewesen wäre und der eigentliche Vater ist noch irgendwie, keine Ahnung, egal. Kann man, egal. Also, ähm, Peter erfährt, dass Mr. Knife, also der, der Schurke, den er schon seit geraumer Zeit mit den Guardians und auch alleine jagt, halt sein Vater ist. Er hat ihn entführt. Und, äh, ja, Kitty rettet, äh, dann entsprechend Peter und, äh, Happy End. Zumindest Stand Ende, äh, Star-Lord Heft 2. Dann kommt ja das große, ähm, die große Jagd mit dem schwarzen Vortex, die ja dann in die neuen X-Men weitergeht. Habe ich nicht reviewt, aber habe ich euch ja im schwarzen Vortex so ein kleines bisschen angedeutet, was da noch so passiert. Und der ganze Rest ist ja dann in diesen zwei Sammelbänden von, äh, den Guardians und den neuen X-Men dann im schwarzen Vortex. Das ist, wie gesagt, das Review. Könnt ihr jetzt an der Stelle dann nochmal hören. Dann wird die Geschichte nämlich rund. Ähm, ansonsten, es ist ein, äh, clever gezeichneter Stil. Und diese, diese Verbindung oder die ja auch hier Comic Book Resources, äh, die Assoziation zieht, nämlich den Vergleich zu Han Solo, den habe ich auch schon länger parat. Also, einiges wirkt wirklich so, als ob, äh, vielleicht ist das sogar so, dass eben Peter Quill, Star-Lord, äh, inspiriert wurde von den Star Wars, äh, Han Solo-Geschichten. Auch so dieses Outlaw-Ding und, äh, ist natürlich sehr, ist klar, dass es sehr viel vergleichend ist. Ähm, und Han Solo ist dann noch mehr Popkultur, als es vielleicht, äh, Peter Quill jetzt im Moment ist oder mal werden kann. Ähm, eine ganz andere Hausnummer, ne? Aber dementsprechend kann es durchaus sein, dass Peter Quill dort, äh, dadurch seine Inspiration gefunden hat. Wer auch immer ihn mal irgendwann erschaffen hat. In dem, äh, dritten Band, dann nämlich mit der Secret Wars-Geschichte und den beiden Team-Ups. Ich mach erstmal die beiden Team-Ups, äh, die sind relativ leicht erklärt. Im ersten sind's Gomorra und She-Hulk zusammen. Im zweiten sind's, äh, Groot und Silversurfer. Das klingt mega schräg, erklär ich euch gleich wieso. Ähm, die erste Geschichte ist relativ einfach. Ähm, Gomorra standet auf der Erde, wird gejagt von Wesen aus dem All, die She-Hulk für Gomorra halten, weil sie kann ja die, sie muss die einzige Grüne auf der Erde sein. Kann ja nicht so schwer sein, sie zu finden. Ähm, sie halten also She-Hulk für Gomorra. Gomorra ist angeschlagen, She-Hulk alles andere als das. Gomorra und She-Hulk tun sich zusammen und, äh, erfinden eine Art Freundschaft dieser beiden grünen, kräftigen Wesen. Das ist eigentlich auch schon alles. Äh, zweite Team-Up ist dann, ähm, von, von Groot und dem Silversurfer. Und, äh, ist eine der skurrilsten Geschichten, die ich je, Achtung, Anführungsstriche, gelesen habe. Denn es gibt tatsächlich nur eine Seite Text, alles andere ist nur Bild und, äh, Explosionen und Jagd und, äh, Gesichter deuten und wirklich einfach nur Bilder, ja? Äh, über, ich weiß nicht, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 Seiten, irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, also es ist, äh, es ist witzig und am Ende, ähm, irgendwie so ein Satz von Groot natürlich. Ich bin Groot. Und worauf der Silversurfer antwortet, das tut mir sehr leid, mein Freund. Oder irgendwie sowas. Ist, äh, ist was Eigenes, ne? Aber beide Charaktere sind entsprechend dafür bekannt, wenig zu reden. Groot entsprechen nur diese drei Wörter. Und der Silversurfer auch eigentlich nur, wenn es wirklich, äh, drauf ankommt. Ähm, kann man aber mögen. Ist gutes Füllmaterial für den Band und fertig. Die, äh, Geschichte, die es für mich relevant gemacht hat, hier jetzt zu rezensieren, ist eben die direkte Secret Wars-Verbindung. Dass eben, äh, die ersten Geschichten, nämlich dann, jetzt muss ich kurz nachschlagen, äh, Starlaut und Kitty Pryde heißen die. Ja, genau, heißen wirklich nur Starlaut und Kitty Pryde. Eins bis drei, nämlich innerhalb von Battleworld-Spielen und dabei ist es eben nicht die Kitty Pryde, die Peter gerne gehabt hätte, weil die hat er ja sterben sehen. Und, ähm, es ist eine alternative Variante von Kitty Pryde oder es sind in dem Fall sogar mehrere alternativen Varianten von Kitty Pryde. Nämlich sowohl eine, eine Art Roboterwesen und eben diese Kitty Pryde, die für die Future Foundation, äh, arbeitet, dem man indirekt dann Dr. Doom unterstellt, ähm, Victor Van Doom halt als, als Gottkönig, ne, und Valeria Richards, die dann entsprechend die Future Foundation anführt, ja. Und für diese Future Foundation ist Kitty Pryde eine der Agenten, die diverse Anomalien aufspürt, die halt nicht ins System Doom passen, die ihm also sozusagen seine Geschichte, die er allen klar machen will, dass er der Gott ist, ähm, zunichte machen könnten, ja. Genau darauf ist diese Spezialeinheit fokussiert, eben diese Artefakte aufzusuchen und zu zerstören oder eben einfach nur einzusammeln im Museum oder wo auch immer. Und, ähm, Kitty findet halt eines dieser Artefakte und begegnet dabei entsprechend, äh, ja, mehr oder weniger indirekt dann Peter. Die beiden argumentieren, kämpfen miteinander, gegeneinander, wie auch immer, alles beides. Und, ähm, dabei stellt Peter eben fest, dass diese Kitty seiner Kitty sehr ähnlich ist, ähm, er erzählt ihr das auch alles, bla bla bla, singt für sie und, äh, der Roboter schmilzt dahin und sie entkommen und, ähm, das Artefakt, was, äh, Kitty, äh, gefunden hat, ist tatsächlich ein Artefakt, was, äh, Peter Quill sehr viel bedeutet, denn das ist tatsächlich der, der, ähm, der, der, der Schwanz von Rocket Raccoon. Und, ähm, Drax, der hier auch eine direkte Verbindung hat zu Peter, äh, ist ein, ein, äh, Clubbesitzer, äh, mit, mit ganz komischer, platter Frisur, wie in den Otto-Film damals, wo er das Glas oben auf dem Deckel abgestellt hat, könnt ihr euch erinnern? Also hier dieses, ne, ähm, kann man sehr gut beim Regen, schützt vor Regen, ne, und wie er das alles so macht, dann stellt er ein Glas Wasser oben auf der Platte ab. Genau so eine Frisur hat Drax hier in diesem Fall, dass also die Verbindung zwischen diesen drei Charakteren und, ähm, Kitty überlässt am Ende, äh, Peter dann diesen, diesen, äh, ja, sagen wir mal, äh, Waschbärschwanz, ja, von Rocket Raccoon, weil er ihm sehr viel bedeutet und, äh, verspricht, vielleicht sehen wir uns ja wieder, man weiß ja nie. Und, ähm, dafür stellt Peter fest, dass diese Kitty wohl doch irgendwie seiner sehr ähnlich sei und das ist eigentlich auch schon alles. Es hat keine wirkliche Relevanz zu dem, was wir dann im Secret Wars wirklich haben, abgesehen davon, dass Peter weiß, was passiert ist. Nämlich, dass eben nicht Dr. Doom der Erfinder dieses ganzen Zeugs ist, sondern es gab eine Welt vorher und er ist einer von wenigen, die sich erinnern können. Das wird wahrscheinlich relevant sein. Ich hab immer noch nicht 7, 8, 9 gelesen. Das gibt's ja erst nächste Woche. Aktuell bin ich grad dabei, den, ähm, den Armor Wars zu lesen von Iron Man und danach gibt's dann Tors. Das war für mich jetzt grad Donnerstag, ja, ihr hört's ja dann am Samstag schon. Und bis dahin hab ich dann für Sonntag, also morgen, dann Iron Man und Thor die letzten Hefte gelesen und das ist dann der Abschluss der regulären Secret Wars Geschichte. Ähm, es gab noch was von den Guardians und es gab auch noch was von Spider-Woman, ähm, Secret Wars hab ich inzwischen gelesen, aber ich mach's jetzt auch nicht komplett 100%, ne, wir haben dann irgendwie 99 oder so, dann ist auch okay. Ähm, ich möchte gerne die Secret Wars irgendwann einfach wirklich abschließen, um weitere Sachen zu machen, die stapeln sich hier wie sonst was, ne. Ähm, ja, das ist eigentlich auch das, was ich erzählen wollte. Und die direkte Verbindung, Star-Lord passt da auch irgendwie immer noch hier hin. Letzte Woche hat's noch besser gepasst, weil die Guardians laufen noch im Kino. Äh, letzte Woche wär's noch ein bisschen aktueller gewesen. Aber, äh, so haben wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe, die Aktualität zum Film und eben auch mein aktueller Secret Wars Review geht hier mit den beiden Star-Lord-Bänden sehr gut weiter. Ähm, und, wie gesagt, der erste ist halt das Filmmaterial zu dem schwarzen Vortex. Das hat für mich, äh, noch ein, ein, zwei Lücken gefüllt, weil ich mir nicht bewusst war, wann Peter erfahren hat, dass Mr. Nice sein Vater ist. Ähm, das war hier die Lücke, die gefehlt hat. Ansonsten, ähm, ja, kann man auch gut und gerne darauf verzichten, die beiden gelesen zu haben. Wer es mag, äh, sollte es lesen, weil es wirklich, äh, interessante Geschichten sind. Und, wie gesagt, gutes, richtig gutes Filmmaterial. Also immer so ein paar Lücken, die geschlossen werden und ein paar offene Fragen, die beantwortet werden. Auch das ist manchmal sehr, sehr wichtig. Jo, dann machen wir das Obligatorische obendrauf auf Star-Lord 2 zuerst. Erstveröffentlichung war am 28. Juli 2015 als Softcover mit 100 Seiten. Ähm, geschrieben von Sam Humphreys und gezeichnet von Paco Medina und Freddy Williams II. Die zweiten und enthaltenen Geschichten sind Legendary Star-Lord 5 bis 8. Star-Lord 3, also, äh, 9,90 bei Panini Comics Deutschland Hältig ist auch noch verfügbar im Panini-Shop.de. Star-Lord 3 erschien am 8. März 2016 als Softcover mit 116 Seiten. Autoren sind in dem Fall Sam Humphreys, John Layman und Ray Fawkes. Und die Zeichner sind Alti, Viermann, Sia, muss ich mir einfach gewöhnen an den Namen, Otto Schmidt und Bengal. Und die enthaltenen Geschichten sind Guardians Team-Up 4 und 8, sowie Star-Lord und Kitty Pryde 1 bis 3 dann als Secret Wars Edition. Ähm, ja, das wär's soweit. Achso, genau, 12,99 entsprechend bei Panini-Shop.de zu bekommen. Ja, das soll's von mir an dieser Stelle dann schon gewesen sein. Äh, morgen, wie gesagt, für euch morgen dann, äh, Iron Man und Thor-Geschichten, nämlich dann Armor Wars und Tors aus den Secret Wars. Ist großartig. Also, Iron, äh, die Armor Wars gefallen mir schon richtig gut. Bin jetzt mitten in Heft 3, ähm, und, und richtig gut. Also, hat was, ja. Ähm, und dann sind wir ja auch schon theoretisch dann durch mit dem Secret Wars. Und nächste Woche gibt's dann, äh, die beiden Abschluss-Podcasts dann zum Secret Wars, denke ich. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht mach ich auch einen größeren. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich werd's wahrscheinlich wirklich erst wissen, wenn ich's mache. Ja, gut. Das soll's von mir gewesen sein. Ich wünsch euch noch ein schönes Wochenende. Ich entschuldige mich doch mal für die Pause letzte Woche. Aber manchmal, naja, ihr wisst das. Wer mich kennt, weiß, wieso. Ja, also, äh, meine, meine diversen, äh, Krankheiten und Verletzungen haben es mir fast unmöglich gemacht, anständig zu reden. Ja, ich konnte nicht wirklich, äh, egal. Also, das, das, warum ich nicht unbedingt wollte. Und, äh, Qualität soll hier nicht leiden. Und, und egal, wie sehr ich dann wollte, äh, es war wahrscheinlich dann cleverer, nicht zu machen, ja. Also, dementsprechend Entschuldigung für letzte Woche. Aber, ähm, der Stau, der sich gebildet hat, den werde ich relativ fix abarbeiten können, weil es sowieso die nächsten Wochen und Monate immer mehr als einen Comic pro Review wahrscheinlich gibt, ne. Ja, dementsprechend wird es nicht wirklich einen Stau dadurch geben, auch wenn es mich ärgert, dass sie wieder eine Woche weg war. Aber gut, äh, ich kann meine Krankheit nicht wirklich kontrollieren. Dementsprechend, äh, alles halb so wild, denke ich. Und, ähm, dementsprechend Entschuldigung, ja. Wer mein, mein Let's Play weitergucken will, ich werde heute wahrscheinlich, heute und morgen, ähm, die letzten Teile von Little Nightmares aufnehmen. Und dann startet ja auch schon, äh, hoffentlich ganz bald. Denn heute in einer Woche ist es, genau, also am 18.05. ist heute, ne. Äh, vermutlich 23.05. glaube ich, oder 23.05. sogar, ich weiß gar nicht, äh, erscheint ja dann Freitag der 13. das Spiel. Und das werden wir auch let's playen, äh, mit mehreren Leuten zusammen. Da freue ich mich sehr drauf, äh, ob ich zwischendurch noch Abzu spiele, weiß ich nicht. Das entsprechend auf meinem Let's Play Kanal, wer daran Interesse hat. Auch das mache ich jetzt die Tage weiter, weil ja dadurch auch dort Pause entstand, weil ich, wie gesagt, gar nicht reden wollte. Werdet ihr dort nochmal hören, wenn ich das jetzt aufnehme, die nächsten Stunden irgendwann, ähm, werde ich es euch dort nochmal erzählen. Darum war, wieso, weshalb, warum es mir nicht, äh, so gut ging und ich deswegen Pause machen musste. Soll alles egal sein. So, äh, ich möchte jetzt auch nicht wirklich, äh, Ohr und sowas hören, bringt sowieso nix, ja. Ähm, ist zwar schön, gut und gerne gemeint, aber, äh, es ist, wie es ist, ne. Also, äh, morgen dann entsprechend, äh, Thor und Iron Man Geschichten aus dem Secret Wars. Und dann sind wir durch, durch die regulären Geschichten, durch die Ergänzungsgeschichten des Secret Wars. Und eine Woche drauf, äh, mache ich dann den Haupt-Event rund. Und dann machen wir irgendwann einen richtigen Deckel drauf auf den Secret Wars. Und dann haben wir den ganzen Event hier zusammen, äh, ich möchte fast sagen durchgestanden. Aber es ist nicht richtig, weil es waren echt richtig gute Geschichten bei. Zwar nicht alle richtig gut, aber viele, viele richtig gut, ja. Gut, das ist Ende Gelände. Und wie gesagt, für euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns morgen wieder bei Iron Man und Thor. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschau, tschüss, bis zum nächsten Mal.